Die bevorstehende Landung der alliierten Truppen in Nordafrika macht es unbedingt erforderlich, dass wir die Brunnen dieser Oase einnehmen und um jeden Preis verteidigen. Wir sind Amerikaner wie Sie. Wir trinken Coca und essen Hot Dogs. Ich kann deshalb gar nicht genug betonen, wie wichtig unsere neue Identität als Soldaten der königlich-italienischen Armee ist. Wo ist mich los? Halt die Klappe. Komm schon, Süße. Nein! Wie man sich bettet, so liegt man. Das ist ne alte Sache. Du hättest dem in Italien bleiben müssen. Solange Sie uns unterstützen, bleiben Ihre Leute am Leben. Aber wenn Sie versuchen, gegen uns zu arbeiten, lasse ich die Männer erschießen. Ja, raus. Nein, die Männer verirren sich nicht. Hoffentlich sind sie nicht desertiert, das ist alles. Das ist ganz unmöglich, Capitano. Auf die Freundschaft. Ich trinke auf eine Freundschaft, die ebenso schnell begann, wie sie endete. Feuer und auf! Feuer und auf! Feuer und auf! Wer bringt euch alle um? Seht ihr das denn nicht? Aber diesmal werde ich's verhindern, Captain. Dafür lasse ich sie an die Wand stellen. Ali! 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 Wir kommen im humor. Wir kommen in die Wand.